So, hier ein paar Eindrücke vom Gelände vom Redning SE. Heute ist der erste Tag. Da haben wir uns, also erstmal Theorie zum Thema Busheben. Also wenn ein Bus auf der Seite liegt, was macht man? Primär von unten arbeiten, also mit Stützen, mit Unterbaumaterial und mit hoher Niederdruckkissen. Hier, das sind die finnischen Feuerwehrleute. Wir freuen uns gerade mit dem Gerät an. Und hier sieht man auch schon die Lagen für morgen. Da hinten ist ein Bus, der liegt schräg auf der Seite. Das heißt, ein Abhang runter. Der hier liegt flach auf der Seite. Und hier haben wir noch einen Bus auf Dach. Und ja, wie gesagt, das sind die Lagen, die wir morgen machen werden. Und eins haben wir noch, das ist dann für übermorgen angedacht. Das ist der Lastwagen da hinten. Da sieht man ein bisschen, das Fahrerhaus ist etwas verformt. Gucken wir uns mal eben an. Hier gilt es eine schön verformte Kabine. Und hier werden wir den Fahrer befreien.